Dicke Lippe und nichts dahinter. So könnte man meine Versprechen über die letzten Wochen und Monate zusammenfassen. Hallo und willkommen zu meiner Kaffeepause. Wie immer ein Kaffee, denn ich bin eine Kaffeetante. In den letzten Wochen habe ich euch ganz, ganz viele Versprechen gemacht. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich euch interessante Uhrenmarken zeigen möchte und habe auch ganz konkret über bestimmte Marken gesprochen. So habe ich zum Beispiel Iron Annie erwähnt. Ich habe de facto erwähnt. Ich habe Damasko erwähnt. Ich habe von Turbi gesprochen und von anderen. Und was habe ich geliefert? Nichts. Ich habe Interviews verschoben. Ich habe Livestreams verschoben. Ich habe mein ganzes Programm, was ich so hatte, entsprechend angepasst, weil ich mir die Plätze auf meinem Kanal für diese Marken frei halten wollte und habe bis heute keine einzige Uhr dieser Marken auf meinen Schreibtisch bekommen, um sie abzufilmen. Ich möchte hier kein Markenbashing betreiben. Ich möchte aber auch nicht so dastehen, als würde ich hier ständig eine dicke Lippe riskieren mit nichts dahinter. Insofern versuche ich, eine gewisse Transparenz zu schaffen, ohne auf irgendwelche spezifischen Marken dabei einzugehen. Ich habe jetzt einige Marken genannt, aber das ist auch kein Geheimnis, denn diese Marken habe ich versprochen, habe ich angeregt, habe ich auch kommentiert, ohne zu liefern. Insofern ist das nichts, was ich jetzt irgendwo aus dem Nähkästchen plaudere oder sonst irgendwas. Was habe ich gemacht? Wie gesagt, jetzt werde ich nicht auf einzelne Marken eingehen, sondern einfach so ein paar Anekdoten erzählen, warum ich bislang keine Uhren zu diesen Marken habe filmen können. Eine Marke habe ich versucht anzurufen, habe zwei-, dreimal dort angerufen, keinen am Telefon erreicht, habe zwei oder drei E-Mails geschrieben, die ebenfalls unbeantwortet blieben. Damit war diese Marke für mich gestorben. Ich betreibe das Hobby-mäßig und ein Aufwand, der über einen gewissen Punkt hinüber geht, ist mir zu hoch, nur um die Uhren zu bekommen, um sie dann unentgeltlich zu filmen. Bei einer anderen Marke habe ich den zuständigen Ansprechpartner mehrfach erreicht. Allerdings in der Produktion, wo das Gespräch dermaßen schlecht war und durch Nebengeräusche gestört, dass ein Gespräch überhaupt nicht möglich war. Versprochene Rückrufe haben nie stattgefunden. Auch dieses Thema habe ich dann entsprechend abgehakt. Bei einer anderen Uhrenmarke hatte ich ein sehr, sehr tolles Gespräch mit dem Geschäftsführer. Wir haben über eine Stunde telefoniert. Wir haben im Detail besprochen, welche Uhren ich zeigen könnte, welche Werke verbaut sind, wie man das Ganze aufbaut, was der Hintergrund ist. Wirklich über eine Stunde telefoniert mit dem Hinweis, dass es allerdings 14 Tage bis drei Wochen dauert, bis die Uhren verschickt werden können. Da habe ich volles Verständnis für, habe es mir auf Termin gelegt und habe nach vier Wochen angerufen, mit dem Ergebnis, dass man sich so gerade eben noch knapp an mich erinnert hat, der Zettel mit dem, was wir besprochen hatten, weg war und wir quasi bei null angefangen haben, wieder alles besprochen haben, wieder vereinbart haben, dass die Uhren in zwei bis drei Wochen verschickt werden, was allerdings dann auch nicht erfolgt ist und eine Nachfrage meinerseits blieb unbeantwortet. Also auch von dieser Marke keine Uhr, die ich abfilmen kann. Bei einer anderen Marke habe ich versucht, jemanden aus dem Marketing zu erreichen, habe dann auch einen Namen genannt bekommen, habe eine E-Mail geschrieben. In der E-Mail war eine Abwesenheitsnotiz mit entsprechenden Hinweisen, wann die jeweilige Person denn vor Ort ist. Ich habe zu diesen Zeiten angerufen, die Zeiten stimmten nicht. Also habe ich insgesamt achtmal telefoniert, um die Person ans Telefon zu bekommen. Als ich sie endlich am Telefon hatte, bekam ich als Antwort, ja, das klingt super interessant, aber das muss ich mit unserer Geschäftsführung abklären. Ja, da habe ich gedacht, zum Glück ist die Firma, für die ich arbeite, nicht so organisiert. Da haben Mitarbeiter schon eine gewisse Eigenkompetenz, zumal ich auch nicht darum gebeten habe, mir Tausende von Euro zu zahlen, sondern ich wollte lediglich für eine Woche bis zehn Tage Uhren haben zum Abfilmen und sie wieder zurückschicken und nur das Porto nicht bezahlen. Fand ich also schon mal überraschend, diese Antwort, dass ein solches Verfahren mit der Geschäftsleitung abgeklärt werden muss. Aber es ist nicht meine Firma, also habe ich gesagt, prima, mach das und habe dann nach drei Wochen eine E-Mail geschrieben, um nach dem Stand zu fragen. Die E-Mail blieb unbeantwortet. Also habe ich angerufen mit dem Ergebnis, ja, das sei nicht so einfach, das müsste noch geklärt werden, man bräuchte noch ein paar Wochen. Dann habe ich der Firma ein paar Wochen gegeben, um dann anzurufen und zu erfahren, dass das Ergebnis immer noch nicht feststeht, woraufhin ich wieder ein paar Tage habe ins Land ziehen lassen, habe dann nochmal eine E-Mail geschrieben und diese E-Mail blieb unbeantwortet. Und ganz ehrlich, Leute, an dem Punkt wird mir das alles zu aufwendig, da habe ich keine Lust zu. Ich habe keine Lust, in der Art und Weise den Firmen hinterherzulaufen und bei anderen Firmen war es ganz ähnlich. Es tut mir unglaublich leid, ich finde die Marken alle super interessant und würde auch wirklich gerne etwas machen, aber auf die Art und Weise kriege ich das nicht hin. Da ist die Kontaktaufnahme unterm Strich beinahe aufwendiger als das Filmen, Schneiden und Vertonen. Insofern werde ich noch einige Uhren vorstellen von bekannten Marken. Es wird wahrscheinlich eine Archimede dabei sein, es wird wieder was von Genon dabei sein, vielleicht etwas von Sinn. Denn bei diesen Marken habe ich überhaupt keine Probleme, an Uhren zu kommen und auch die entsprechenden Ansprechpartner sind wirklich sehr entgegenkommend und reagieren auch drauf und sind auch an einer Zusammenarbeit, ist schon fast zu viel, sind daran interessiert, meinen Kanal zu unterstützen. Und das finde ich wirklich klasse. An dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle diejenigen, die mir ihre privaten Uhren zur Verfügung gestellt haben oder es ermöglicht haben, dass ich sie filmen kann. Das hat mir sehr geholfen, hat mir die Möglichkeit eröffnet, wirklich interessante Uhren zu zeigen. Finde ich super, hat mich irrsinnig gefreut und auch ein Dankeschön an all diejenigen, die mir Uhren angeboten haben, wo es nicht dazu gekommen ist, dass ich die Uhren filmen konnte. Weil entweder der Aufwand sehr hoch war mit mehreren Stunden Autofahrt oder aber die Uhren zu wertvoll waren, um sie per DHL-Paket zu verschicken und per Wertversandkurier kostet eine einfache Sendung 25 bis 30 Euro. Das heißt, Hin- und Rückversand kosten dann 60 Euro. Ich mache ungefähr 10 Videos im Monat. Wenn ich bei diesen Videos 60 Euro für das Video bezahlen müsste, wird mir das ehrlich gesagt zu teuer und auch ein kleines bisschen zu aufwendig, immer den Wertversand entsprechend zu ordern und zu buchen. Insofern Dankeschön an alle die, die mir ihre Uhr zur Verfügung gestellt haben und es angeboten haben. Ich finde das super. Das freut mich ungemein, dass die Zusammenarbeit mit den Firmen, die ich sehr, sehr gerne in meinen Kanal aufnehmen würde, nicht geklappt hat, hat mich ein kleines bisschen geärgert und noch ein kleines bisschen demotiviert. Ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber ein bisschen den Schwung genommen. Und das finde ich sehr schade. Aber im nächsten Jahr geht es ganz bestimmt weiter. Ich werde auch dieses Jahr natürlich meinen Senderhythmus einhalten, allerdings nicht mit den Uhren, die ich versprochen habe. Insofern, ja, ich habe was versprochen, ja, ich habe es gebrochen, aber nein, ich fühle mich nicht schuldig. Und ich hoffe, bei der nächsten Kaffeepause euch wieder andere im Sinne von bessere Neuigkeiten bieten zu können. Bis dahin, tschüss, euer Axel.